Ich würd' ihn nehmen. Ich wär' eine wunderschöne Schmetterin. Ja. Kissen auf. Na hoppla. Achso, soll ich überspringen? Das ist, wo sie clashen. Seine Spirits sind Licht. Ja, ne, ich war noch nicht da. Kurz. Ich wollte die Cutscene einmal. Ich find' das immer cool. Sorry. Dinge, die ich hinterher mag. Ja, alles gut. Genieß das. Cutscenes sind Premium. Was war... Oh. Das Ding kann man fotografieren und es ist weg. Ich hab's eingescheiße. Das war dieses Regenbogen-Ding. Ah. Viel Erfolg. Dankeschön. So, danke. Schaffen wir. Easy for strike, jetzt. Die haben ja mich. Ja, aber mich auch. Stimmt. Das ist echt toll. In der Arena kann man sich nicht verlaufen. Wo seid ihr? Ich freu. Ich fühl' mich herausgefordert. Ich kann sich nur mit zwei Monstern einsperren. Oh Gott. Ach, hier kann man wieder diesen... ... den Zaun, ey. Cool. Kann Ron ausperren. Äh, ich mein' die Monster gleich spartekisch. Sprennen. Ja, wenn du verlieren willst, sperr mich auch. Steh auf Johnny! Ich mag hier aussperren, damit wir nicht verlieren. Ich kann auch nicht andern so tun, nicht. Achso, die Gift-Vorpfeile, was man für Magma, Magma... Magma, Magma. Nimm ich den, ne? Nee, für den... Was? Was ist jetzt? barriere schien gar dann da nie und dann diesen markt mal mal auf was soll jetzt mit der ich hab gift vor feine doch auch so die sind für den karte jahre der redet und feind empfindlich okay soll ich das dann auf die klar oder wie aber ich habe doch selbst gewachsen naja dann in kürtel keine ahnung egal ob es so an Prozent 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 so von 9 ich habe eine schöne Ecke er hat mit ihr in den Progarten auch nicht hier Prozent bei ihm mit dem Beutel von Eintracht jetzt werde ich dich nicht wie es noch mal angerichtet haben wir das herz und was hast du da auf dem kopf was habe ich auf dem kopf das ist eine komische wissung zu sagen dass meine gewähren die musste mal zeigen er ist ja nach komm schon meinung kommt ja mach mal so eingefallen achte mal das ist eine falle denn das werden auch ich bin beträumt scheiße deswegen konnte ich mir ich habe die kamera aber so gut in der anderen und den faun schalte ich habe im einsatz gesicht nach pikachu schlaf wo dann ist da was sie ihr nächstes nach pikachu meine gott was denn so gut in die floh oder Äh, genug! Äh, okay. Das ist gut gewesen, glaube ich. Nice! Fels ready in 20 seconds! Fels ready in 20 seconds! I'm sorry, Selina, ich geb mir ja Mühe. I'll try my best. Man kann ihn fahren. Oh fuck, fuck. Man kann ihn keine fallen legen. Doch. Okay, echt? Okay, dann wurde es bei mir so ganz komisch. Okay, so soll ich. Torn ist ein Satz auf. Ja. Machst du, dann geh schon mal zum... Okay, wartet aber mal, wir trennen den. Ja, so, fack. Ja, danke. Der Bio. Komm, wir machen, fertig. Sonn ist auch da. Wo ist Matsch? Hi guys! Ich mach das schon. Ja, Matsch ist da, wo er hingehört. Er macht das schon easy. Achso, fertig. Ja, gut. Kann ich hier duschen? Ja? Ist eh gleich vorbei. Ja. Oh, Matsch, ihr macht das ganz gut. Ja, ich krieg da hin. Fine. Man sagt eigentlich Solo. Ich helf. Ja, eigentlich können wir vom Zaun aus einfach nur zu viel. Ich sag doch, ich zähle ich würde. Oh, Matsch, ich winke dir. Hat er eh mal ein Bier dabei? Hi guys. Ja. Wurscht mich hier raus, Leute. Oh, ihr seid doch so kacke, ey. Muss meine Waffen scherben. Yeah, yeah. Uh, 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 uh. Bioflexer. Bioflexer. Ey, hab ich schon gekuckt. Guck mal, wicke, wicke. Guck mal hier, Matsch, ich kriegst auch eine Gruppenheilung. Jawoll. Ich glaub, wir haben Waffen übernützlich hier, ey. Guck mal, ey. Danke schön. Och, nein, ich komm rein, um zu teufel. Karma. Ja, doch. Ah, shit, shit, shit. Pull den, danke. Nein! Nein! Oh nein, das ist ok. No, nein, das ist gut. Die Mannion! Out! Boah, dieser Springen ist so gut einfach manchmal, wie ich einfach über dieses Vieh rüberspringe und der mich einfach nicht trifft. Ich komme mir vor wie dein Gen Ultimate. Das sind auch die Doppelkling sind mit dem Move echt. Also ich habe mit dem Doppelkling und dem Move maximale gemacht. Keine Ahnung wie schlecht durch war, das war schon echt krass. Oh je, Heilung brauche ich und ich kann mich nicht bewegen. Moment, warte, warte. Warte. Boop. Oh nein, jetzt kommt der auch noch. Okay, ich mache schnell Zaunschalter. Hab. Oh okay, gut. Der geht aber auch schneller, ne? Als ein Gen Ultimate. Der haut direkt drauf und zack, ready. Ja gut, das war aber auch ein alt hier so. Ja, aber das hat schon ein bisschen langsamer. Er hat erstmal seine Hacke da rausgeholt und dann zack. Achso, ja gut, auf keinen Fall. Mal so nebenbei, kann Bio eigentlich durch den Zaun schießen? Nein. Ich glaube nicht. Habe ich eben schon ausprobiert. Es geht nicht, die fallen ab. Okay. Wäre jetzt gut gewesen ja eigentlich schon, aber ich wollte ihnen helfen. Wäre aber glaube ich auch ein bisschen echt heavy. Oh ne, ich bin schon wieder betäubt. Wir haben ja die Rauskunst afterwards. Wir haben ja auch ein paar Hacke. Und das war schärflich. Warte. Ich weiß nicht, ja. Alles klar, ja. Einigungsswaffe schärflich. Puh. hast du dann den Hund nicht mit oder wo ist das so? Oh, Mati... Mag normal, oh mein... Ach so, loil! Ich muss nicht, meine Mieti... Ach so... So, Entschuldigung... Okay, behaltet... Okay, der Kadachi fangbar... Okay, gehen schon auf die nächsten, ich fange... Nur gut... Okay... Ich trau' dir nicht... Ich trau' ich noch... Man, wenn er nicht die ganze Zeit in den Kack explodieren würde, ey... Okay, jetzt hat er mich im Bebier... Hupsa... Ah, komm doch... Komm... Ich sag' ja, ich hab's schon... Das ist easy... Und Heidelbrot... Nice, denkst du... Dankeschön... Thanks... Immer so niedlich, wie er sich am Boden rollt... Er ist einfach soo... gut gestaltet... Ich liebe das so sehr... Echt, ich find's, dieser Asiaten ist voll agg, ey... Deswegen, der ist schon geil... Kannst du nicht sagen... Guck mal, der wird ja auch die Samuraiung kommt... Ich mag sein Feuer... Ich mag das... Flammengedürnz... I like it... Ich mag... Ich mag den Geil... Ich mag nur seine Waffe... Ich mag den Geil... Ich mag den Geil... Ich mag den Geil... Scheiße... Ich mag den Geil... Okay, jetzt hat er... Jetzt ist es sauer... Don't be a pussy... Be dead... Oh, Gott... Au... Au... Uiuiui... Dein dessel Maury... Das macht mehr jetzt... Verdachtig... Oh! Hattattattattattattatt... Vorsicht, der Furz! Der ist nicht mehr. Er ist hingefahren. Oh, bis mir liegt der Furz. Ach, scheiße, Waffe ist schon wieder kaputt, ey. Da ist auch das nicht mehr auf uns. Okay. Komm, Huni! Ey! Oh! Böse Kaffee. Nein. Und nun, come over here! I'm going to kill you! Woohoo! Oh, scheiße, ey. Warum tut er mir so weh? Mhm, war ja andersrum. Oh, ich geh kurz was essen, Leute. Hunger. Alles klar. See you later. Okay, ich hab ja noch dafür. Oh nein, was war das für eine stinke Wolke? Iiiiih, ich glaub den wir ja gefurzten. Oh Gott. Geh weg von mir, ich mag das nicht. Ja, das weiß er. Oh. Aber vielleicht mag er dich ja. Deswegen werde ich doch Trampo um. Oh, der Furz, der Furz! Oh, ich blöde den Ding! Nice! Blitzi, blitzi, blitzi! Ich fand er blenden. Okay. Oh scheiße, oh no. Boi! Was war das denn? Oh no, no, no! Oh, eh, eh. Bye-bye. Äh, wieder zieh nur gebillige Pies und den Eingriff. Oh, okay. Ich kümmer mich um euch. Oh. Oh, danke. Ich weiß ja jetzt nicht, wo du die Ewigkeit die Siloke siehst, aber okay. Ach so, nein, diese Siloakrallen, die so, wenn er so kräftig so BAM mit dem vollsten auf dem Boden haut. Das macht er jetzt hier nur grau. Ach so. Du blitztienst. Blitzi, 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 nice. Haha, he, he, he. Oh, Goddamit. Warum, ey, du hast das... So'n Nimmel, ey. er hat vorweg im Falle ich hab doch gehört du magst Klanzenstieler ja deine Leidze will ich trinken aber die macht's will ich mir nochmal gut überlegen hihihi seitdem Ron mich gebrochen hat würde ich seine Platze nein was? wir können ihn empfangen ich hab meine Falle schon ich hab noch einer gib ihm ne auch da liegt doch Flut ach da hin komm hier jetzt hier großer ich bin heute komm du kleine Pussi du weißt denn da wo das an die Falle steht ey ja so ein Applaus mit der Katze ja seht nice Leute ihr kriegt alle einen like Daumen hoch Leute boah das ist ja voll smart weil wenn du YouTuber bist kannst jedes Mal das einfach dafür einfach abusen einfach Daumen hoch Leute ja jetzt auch follow hier lassen und abo abschließen ja wollt ihr einfach mit dem Link und schenkt eure Leber kann er h Vielen Dank.